ja liebe zuschauer herzlich willkommen zu city economy service for your city das reimt sich sogar fast hidan ist da und showtag ist da halli hallo sehr schön ja bei showtag ruhe das ein bisschen und wir gucken mal ob wir jetzt ich bin aus dem mittelans plastik müllwagen gegen die wand gefahren wir gucken ob wir jetzt mit drei leuten quasi in einem müllfahrzeug fahren können wir wollen euch die multiplayer noch ein bisschen zeigen allerdings zeige ich hier wie man gegen bäume und wände fährt was ich hier durch ja pass ich durch sehr schön so ihr pappnasen hier bin ich ey du läufst da mit dem container auf der so signal leuchten an blink 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 so hier dann steigt du mal ein hinten ja es funktioniert cool wir können zu dritt fahren sehr schön jetzt kommt diese power animation dann springe ich mal hinten rauf jetzt hier wer fährt hinten bei mir mit ah cool so hier dann bringen es bloß nicht um mal gucken wo jetzt eine quest überhaupt noch ist kannst du ja auch mit mit bei wenn du auf f5 drückst siehst du die ausstehenden jobs noch naja deswegen guck ich ja gerade wo die sind oder zum müllcontainer ja wir sehen auch sehr schön da hinten drauf aus finde ich naja ich hab einen heißeren arsch wie du wir sind eineiige drillinge ja das kann ja gar nicht sein wobei doch auch außer eineinhalb mehr gegessen also Flo kann ich jetzt hier auch abspringen? ne kann ich nicht ich kann nur abspringen wenn das auto anhält ach haha ich versinn deiner gewalt ouch ouch was? ich hab auch mal Laternen äh? er ist doch gar nicht gegen Laternen gefahren aber hier dann fährt vorbei ich bin nur nicht so dass man mit da hinten so weit laufen muss ja hast recht so wer parkt denn diese autos hier so behindert ey äh irgendwie ist mein müllcontainer schräg der hat so der ist so rechtslastig so F muss ich nehmen alter wie das bei mir rumlackt so draufdrücken bum 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 ja wahrscheinlich muss er eine grafik da muss er wahrscheinlich schritte oh es regnet mensch wahrscheinlich hagelt es dann gleich im Anschluss dann schneit es nochmal und dann gibt es nochmal Schnee Regen dann Gewitter und ja ja du musst den müllcontainer wegbringen will aber nicht dann wollte ich mich nach Hause nehmen kannst ja machen hast du neue Couch dann ich hab mir so ein Häuschen gebaut ich hab mir so ein Häuschen gebaut wie bei ähm wie heißen die äh Two Brokes Girls oder ne was war das also nicht keine Ahnung Two Girls One Cup ne ne da wurde die Blonde und Schwarzhaarige sondern Schwarzhaarige hat meinen Freund und der wohnt in einem bullcontainer meinst du eigentlich die Sesamstraße mit Oskar aus dem bullcontainer nein das ist ok haha Two Broke Girls glaube ich heißt die Serie ja die auf ProSieben auch läuft oder wie ja 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 ernsthaft ihr traut's nur das zu alter dein Arsch wackelt ja ganz schön geil da ey hm sexy Girl look at everybody Girl look at everybody Girl look at everybody Nächste rechts ok Autsch uuuuuh au 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 das tun wir ja der arme Baum der weint so ups uuuuuh wie viel Schaden haben wir jetzt ich weiß nicht wir hängen irgendwie ein bisschen fest gerade ja ne jetzt ich komm raus ok ah hier sind Mülltonnen naja über eine bist du schon drüber gefahren okay dann beziehungsweise geflogen aber das kennen wir ja von dir ja stimmt ich hab nur Constructions oder einfach ha 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 ach da hinten steht auch noch eine wieso fährst du denn weg weil ich hinter dir laufe warte ganz kurz da stand auch ne Mülltonner ganz hinten irgendwo naaa naaa Party mit Noten feiern würdest so äh schau siehst du den Container schief auf Eintreifen bei mir springt er ja ja bei mir steht auch rechts schief so wenn du dich entscheidest hä 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 geh weg jetzt da scheiße oh ernsthaft so sieht der Dreck aus da hinten raus geschmissen wird aus dem Ding da kommen Zegelsteine rausgefallen echt was das hast du jetzt gemacht hä was der hat was gemacht ach der Schlotter auf meinem ich hab mir das Ding geklaut ne ich will mal äh du musst gleich mal aussteigen bitte und dann stellst du dich hinten drauf und ich pack äh äh nen Container hinten drauf und dann gucken wir mal ob du mit eingezogen wirst oder nicht so genau so stopp jetzt steig mal hinten auf diese auf die auf die Trittbleche drauf will ich mal gucken ob du das glaub das geht nicht naja schauen wir mal bei dem Spiel geht alles Moment alles kaputt ihr habt das bestimmt schon probiert so ne wir spielen jetzt äh bis jetzt kannst du ein Bart drauf mitfahren so hä hä scheiße geht das nicht naja anscheinend gehts nicht haben die mitgedacht schade steig mal ab ach jetzt gehts schade haben die mitgedacht also ich glaub ansonsten würde Schotter jetzt auch Matsch sein oh deine Einwohner lieben deine Arbeit du hast genug Einwohner Zufriedenheitsbote gesammelt um einen neuen Vertrag zu unterzeichnen und zu neuen Bezirken zu erweitern oh Gott oh Gott oh Gott wir können neue Bezirke erreichen Bezirke in die noch nie ein Nullmann zuvor äh vorgedrungen ist vorgedrungen ist danke das war das was ich gesucht habe ja und nichts gefunden hast stopp stopp schon halt an halt an sehr gut bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Alter! Was ist das? Ich schweb einfach in der Luft. Wie geil ist das denn? Ja, liebe Zuschauer, so kann man es auch machen. Du kannst die Verbrennungsanlage verlassen. Nicht mich noch mit verbrennen. Untertitelung des ZDF, 2020